In der Schlacht bei Mohex erlitt das Heer des Königreiches Ungarn unter König Ludwig II. und Peltomori am 29. August 1526 gegen Truppen des Osmanischen Reichs unter Süleymanie. Bei Mohex in Südungarn eine Vernichtende-Niederlage, die Osmanen konnten wenig später große Teile Ungarns und Kroatiens erobern. Verlauf Während Ungarn 1514 durch den Bauernaufstand des Djordje Dose und dessen Niederschlagung seine für den Kampf gegen die Osmanen benötigten, Verteidigungskräfte geschwächt hatte, hatten die Osmanen 1521 ihr Reich durch die Eroberung Belgrads in nordwestliche Richtung erweitert. Bereits 1526 folgte ein weiterer Feldzug der sich gegen Ungarn richtete. Süleyman hatte von Ungarn Tribut gefordert, als Ungarn die Zahlung verweigerte, marschierte er mit einer etwa 60.000 bis 70.000 Mann starken Armee und 12.000 Janitscharen als Elite-Truppen gehörten Richtung Norden. König Ludwig brach am 15. August mit seinem Herr von Tollnaus auf. Das Herrlager wurde in der Nähe des Dorfes Mohex aufgeschlagen, hier wollte man auf weitere Truppen warten. So hatte der siebenbürgische Fürst Johann Zapolya mehrfach die Aufforderung erhalten, mit seinen Truppen zum König zu stoßen. Er ließ aber auf sich warten. Das osmanische Heer überschritt am 20. August den Fluss Trau und stand am 29. dem ungarischen Heer gegenüber. Warnungen des polnischen Opristen Leonhard Gnoinski, den Kampf nicht ohne vorherige Kenntnis der osmanischen Schlachtordnung zu beginnen, wurden von den ungarischen Adligen ignoriert. Man wollte die Osmanen in die Flucht schlagen. Als sich dann eine osmanische Einheit von Sipais zeigte, griff die gesamte schwere Reiterei der Ungarn an, obwohl erst ein Teil des ungarischen Heereskampf bereit aufgestellt worden war. Die Sipais aber zogen sich geordnet zurück und lockten die Ungarn in einen Hinterhalt osmanischer Artillerie. Im Geschützfeuer wurden zahlreiche Ungarn getötet, eine allgemeine Panik setzte ein. Die fliehenden ungarischen Einheiten wurden von den nachrückenden Osmanen in die Sümpfe getrieben. 12.000 Ungarn wurden enthauptet, König Ludwig II. Er trank im Bach Cesele. Insgesamt fielen 24.000 Männer in dieser Schlacht, darunter 4.000 Panzerreiter. Das Dorf Moheks wurde niedergebrannt, Bauern, die in der Nähe waren und alle Gefangenen wurden zur Abschreckung getötet. Suleiman erreichte am 10. September-Buddha zog sich dann aber wieder zurück und führte mehr als 100.000 Ungarn in die Sklaverei. Rezeption Schon die Zeit genossen maßen der Schlacht von Moheks große Bedeutung bei. Sultan Suleiman empfing, bevor er 1529 gegen Wien vorrückte, seinen Vasallen König Johann Zapolya auf dem Schlachtfeld, um seinen Handkuss zu empfangen. Als sich in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts ein Gesandtenwesen ausgebildet hatte, pflegten die österreichischen Gesandten auf ihrem Weg durch Ungarn zur Besichtigung des Schlachtfelds in Moheks halt zu machen, wo bald auch ein erster Gedenkstein errichtet worden war. In späteren Jahrhunderten bekam die Niederlage von Moheks für die ungarische Geschichte eine ähnlich zentrale Bedeutung wie die Schlacht auf dem Amselfeld für die serbische oder die Schlacht am Weißenberg für die tschechische Geschichte. Alle drei Niederlagen wurden zu nationalen Mythen, zu Symbolen, in denen sich im Zeitalter des aufkommenden Nationalismus die kollektive Identität verdichtete. Wenn man auf ungarisch ausdrücken möchte, dass es auch hätte schlimmer kommen können, wird noch heute das Sprichwort gebraucht. TÖ BBS West Z Mohatschnal Mehr ging bei Moheks verloren. Moheks ist der Archetyp der Katastrophe geworden. In den Schulbüchern des 19. Jahrhunderts wurde immer wieder die Geschichte des jugendlichen Königs erzählt, der ohne den nötigen Rückhalt seiner Magnaten in die Schlacht zieht, von seinen Getreuen zur Flucht gedrängt wird und schließlich in einem Bach ertrinkt. Dabei wurde immer wieder darauf verwiesen, dass Ludwig angeblich schon mit 16 Jahren graue Haare hatte, was man als Zeichen seiner Frühvollendung deutete. Auch dass er auf die Frage seines Kochs, wo das Mittagessen serviert werden solle, geantwortet haben soll, Gott weiß, wo wir unser Mittagsmahl halten werden, kam als Vorzeichen seines Todes immer wieder vor. Je nach tagespolitischer Ausrichtung wurde der Geschichte von der Niederlage je ein anderer Sinn abgerungen. Nach der Niederschlagung der Revolution von 1848 erschien das angeblich treulose Verhalten der Magnaten, die am Türkenkrieg nicht teilnehmen mochten, als typisch auch für die Gegenwart. Nach der Erringung der nationalen Gleichberechtigung mit den Österreichern 1867 als es unangemessen schien, vom Tod der ungarischen Nation zu sprechen wurde Mohex als Mahnung zur Vaterlandsliebe umgedeutet. Nicht zur Sprache kam in diesen Darstellungen die Tatsache, dass sich die ungarische Bauernschaft im Türkenkrieg passiv verhalten hatte. Nachdem sie im Gefolge des niedergeschlagenen Aufstands von 1514 in die Leibeigenschaft gezwungen worden waren, sahen die Bauern keinen Unterschied zwischen der Unterdrückung durch die ungarischen Magnaten und der durch die Türken. Da der Adel wiederum den Bauern nicht vertraute, verfügte das in die Schlacht ziehende Herr über nur sehr wenige Fußtruppen. Auch in der ungarischen Historienmalerei des 19. Jahrhunderts wurden Szenen aus der Niederlage bei Mohex ausgemalt. 1856 schuf der Maler im Moersen im Pariser Exil eine Darstellung der Schlacht, in deren Mittelpunkt der heldenhaft fallende junge König steht. Aus der Zeit um 1856 stammt das Gemälde Soma-Olai-Petrichs, das in melodramatischer Weise die Beerdigung der ungarischen Gefallenen zeigt. Im Mittelpunkt mit zum Himmel erhobenen Händen die Frau eines ebenfalls gefallenen Palatins. Von 1860 bis 1866 malte Bert Allen Schäkeli gleich mehrere Darstellungen der Schlacht, die alle in der ungarischen Nationalgalerie in Budapest hängen. Das eine zeigt die Auffindung der Leiche König Ludwigs. In einem anderen stellt er die grausige Szene dar, in der der Adelige Mihaly Dobozi seine Frau lieber eigenhändig erdeucht, als sie in die Hände der siegreichen Türken fallen zu lassen. Auf einem dritten Gemälde malt Schäkeli in kräftigen Hell-Dunkel-Kontrasten den Triumph der Osmanen und die Nacht heraus, in der die Staatlichkeit Ungarns infolge der Schlacht für 150 Jahre versinken sollte. Zur 450-Wiederkehr des Tages der Schlacht wurde 1976 an ihrem Schauplatz ein staatliches Denkmal errichtet, das der Architekt Jördje Fadasch entworfen hatte. Galerie, M.O.R.S.N., die Schlacht von Mohex, Soma Olai Petrich, Imre Pernies Frau lässt die Toten der Schlacht begraben, Bert Allen Schäkeli, die Auffindung der Leiche König Ludwigs, Bert Allen Schäkeli, Mihaly Dobozi und seine Frau, Bert Allen Schäkeli, die Schlacht von Mohex. Schäkeli, die Schlacht von Mohex.